Servus ihr Lieben, mein Name ist Matthias Kellner, die meisten, die das Video anschauen und draufklickt haben, kennen mich wahrscheinlich schon, ich bin Liedermacher und Zeichner und Typ, der sein Gesicht ab und zu in die Kamera hält. Und ja, ich bin diesmal da mit einer ganz speziellen Bitte und mit einem ganz speziellen Vorschlag. Und zwar bin ich seit, ich glaube, inzwischen schon fast ein Jahr lang bei Patreon. Die einen oder anderen von euch kennen das, ich gehe gleich noch näher drauf ein. Auf jeden Fall mache ich, was ich so zum Anbieten habe praktisch, ist eine Unterstützung von eurer Seite, für mich, zu mir hin, auf mich drauf, via Patreon. Patreon ist eine Plattform, auf der man Künstler unterstützen kann, und zwar monatlich. Wie so eine Art Künstler-Abo. Ihr schließt ein Abo ab für das Zeich, was ich da mache. Das Ganze ist freiwillig, ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mein Content, den ich auf meinem YouTube-Kanal mache, nur noch Leute gebe, praktisch die auf Patreon sind. Das ist mir ganz wichtig, weil mir ist natürlich auch klar, dass nicht jeder die Möglichkeiten hat, jemanden monatlich zu unterstützen. Aber ich weiß auch, es gibt viele von euch da draußen, die mich unterstützen wollen und die mich unterstützen schon, ja, ich habe schon ein paar Patreons, ich habe das Ganze nur noch nie wirklich so gefeatured, noch nie wirklich Werbung auf Art von einem Video gemacht, sondern es ist halt immer nur so nebenher gelaufen. Jetzt möchte ich das ein bisschen ändern, ja, ich möchte das ein bisschen aktiver machen, weil es ist einfach eine tolle Möglichkeit für mich als Künstler. Ja, ihr gebt es mir im Monat, in diesem Fall sind das jetzt 5,50 Euro, Patreon, nehmen Sie ein bisschen was davon, ich glaube 60 Cent oder sowas warten das in diesem Fall, um Ihre Operationen weiter durchführen zu können und natürlich auch um ein Geld zu verdienen. Aber der größte Teil kommt bei mir auch, und zwar monatlich. Das heißt, man hat so ein bisschen Sicherheit, ja. Ihr habt es aber auch einiges an Sicherheit, ihr könnt es jederzeit aufhören. Wenn ihr sagt, es geht jetzt nicht mehr, ich kann es mir nicht mehr leisten oder ich will es mir nicht mehr leisten, ich möchte ihn nicht mehr unterstützen oder was auch immer, ihr könnt es monatlich ändern oder auch beenden. Und mir hilft es einfach, wie gesagt, dass in diesen Zeiten, wo halt alles nicht mehr so ganz so safe ist und ganz so sicher ist und es Zeiten gibt, wo man keine Auftritte spielen kann. Ich habe zuerst vor kurzem Corona gehabt und habe Auftritte absagen müssen. Kann keiner wissen, wie es diesen Winter und Herbst wieder wird und so weiter. Vielleicht kann man wieder nicht spielen. Es ist einfach eine andere, eine weitere Möglichkeit für mich, neben einem Live-Konzerte spielen, mein Geld zum Verdienen und meine Familie zum Ernährung. Und dafür biete ich euch Videos, YouTube-Videos. Vielleicht wart ihr schon mal auf meinem YouTube-Kanal oder ihr habt es auf Instagram gesehen, da poste ich das Ganze auch und so. Schaut es einfach mal kurz vorbei, so schaut es aus. Ich habe schon sehr, sehr viele Videos gemacht und die Videos schauen immer ähnlich aus, weil ich mache es halt hier drin. Die Songs sind natürlich immer andere. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und zwar sind das hauptsächlich, was ich sehr gerne mache, Übersetzungen. Also Songs, die im Original auf Englisch sind, die ich übersetze auf Mundart und ins Bayerische und mache dann da meine eigene Interpretation von diesem Song und stelle die dann online. Nein, normalerweise eins in der Woche, manchmal sind es auch zwei, manchmal, wenn ich jetzt sehr viel live unterwegs bin, dann ist es auch keins oder wenn ich krank bin oder sowas, klar. Aber so durchschnittlich sind es vier im Monat auf jeden Fall. Und genau, wenn ihr euch diese Videos gerne anschaut und wenn ihr das gut findet, was ich da mache, dann wäre das eine Möglichkeit, mich zu unterstützen. Mit 5,50 Euro im Monat über Patreon. Da kriegt ihr es nämlich auch tausendprozentig mit, weil auf Social Media ist es ja manchmal so, es wird sowas gepostet von uns Künstlern und von uns Leuten, die Content createn. Aber es kriegen nicht alle mit. Es lesen nicht alle, weil es nicht in ihrem Feed auftaucht oder sonst irgendwas. Und dann musst du Storys machen und Reels machen und so weiter. Auf Patreon kriegst du immer mit. Ich schreibe da immer rein, hey Leute, neues Video. Ich schreibe auch immer ein Boxerzell dazu, warum ich diesen Song gewählt habe und so weiter. Und dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, hey, der Keiner hat ein neues Video gemacht. Das heißt, ihr versammt keins mehr von den Videos. Mein Plan wäre auch, wenn wir einmal eine kleine Community beieinander haben an Patreons, dass ich halt exklusive Livestreaming-Konzerte mache. Da wo ich dann einfach einmal für die Leute, da kriegt ihr einen Link geschickt und dann bin ich da und spiele euch was vor. Und ihr könnt mir natürlich auch Sachen vorschlagen. Wenn ihr sagt, hey, versucht einmal den Song zu covern oder sowas. Ich kann nicht versprechen, dass ich alle mache. Es ist alles natürlich Arbeit und muss nebenher laufen, wo ich ja auch noch Auftritte spiele und neue Lieder schreibe und so weiter. Aber ihr habt das exklusive Recht, mir Sachen vorzuschlagen, wo ich mir dann auch was aussuchen kann draus. Und wo ich weiß, in welche Richtung könnte ich noch gehen, was habe ich noch nicht rausprobiert und so weiter. Ja, das wäre Patreon. Entweder da oder da oder da oder da. Je nachdem, wo ihr sich ausschaut, gibt es jetzt einen Link zu der Patreon-Seite. Und wenn ihr wollt, schaut euch da vorbei und unterstützt mich. Es würde mich total freuen und es wäre mir eine Ehre. Ihr kriegt auch noch andere Sachen. Und zwar alle, die mich auf Patreon unterstützen, kommen am Schluss von jedem Video. Wenn Sie das wollen, wenn Sie das nicht wollen, dann schreibt es dazu. Dann natürlich nicht, aber wenn Sie das wollen, dann steht es hier ganz am Schluss von jedem Video steht dort. Und danke an meine Patreons. Und dann steht es hier alle als meine Unterstützer dabei und seid so quasi ausführende Produzenten, Executive Producers von meinen Videos und von diesen Songs. Und das ist doch auch was wert. Ja, das war es schon von meiner Seite. Danke fürs Anschauen vom Video und danke an alle, die mich unterstützt, die mich schon unterstützt haben und die mich vielleicht jetzt auch wegen diesem Video neu unterstützen. Vielen herzlichen Dank euch. Das macht wirklich einen Riesenunterschied für mich. Und ja, merci euch. Bleibt gesund, bleibt mutig. Alles wird gut. Und das macht wirklich ein Riesenunterschied. Und das macht wirklich ein Riesenunterschied. Und das macht wirklich ein Riesenunterschied. Vielen Dank.